Hallo liebe Freunde der Lukas Beach. Ich bin ein bisschen nervös. Wir haben noch zwei Tage. Wir kommen zwar gut voran, aber es sind noch einige Sachen hier zu tun. Es kann bald losgehen. Wir haben jetzt Donnerstag. Es wird stark gemerkelt. Die Technik ist am aufbauen. Ich hoffe, dass ich euch alle erwarten kann. Hier wird eine Megaparty werden. Dieses Jahr mit drei Bereichen. Hier im Partystall, hier in der Hütte. Es hat fast geschneit, aber noch nicht. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Am Samstag geht es los ab 8 Uhr. Lukas Beach.de. Alle Infos und auch wenn es nicht schneit, ihr seid hoffentlich dabei. Ciao. Das war ein Pufferbockweg. Das war ein Pufferbockweg. 10 Uhr wieder. Und hier kommt noch ein Pufferbockweg. Jetzt gibt es den nächsten Pufferbockweg. Das ist auch nicht so. Ein Pufferbockweg. Ein Pufferbockweg. Ein Pufferbockweg. Ein Pufferbockweg. Ein Pufferbockweg. Ein Pufferbockweg. Das ist eigentlich ein Pufferbockweg. Du machst das. Das ist so gut, ja man, das ist gut. Wir fangen an mit einem Freigedrängt. Das heißt, ich spiele jetzt die Musik rein. Wer es weiß, kommt bitte nach vorne. Nicht einfach reinrufen, das kriegen wir nicht kontrolliert. Und sagen, welcher Titel das ist. Oder welcher Film. Welcher Film? Alles. Alles ist richtig. Mein zweiter Dreck für dich. Das ist ganz einfach. Wir machen jetzt weiter mit dem Zauberhofen. Das ist richtig. Ein Zauberhofen, ein Freigedrängt für dich. So sehen Siege aus. Oder ganz einfach. Ich weiß, ein Freigedrängt für jeden von euch. Ich nehme noch ein Freigedrängt raus. Und für ein bisschen Zauberhause, ein bisschen Zauberhause. Membo. Ja, und welcher? Ein. Nee. Ich sehe zwei, aber hast trotzdem gewonnen. Rekord zwei. Von Jerry Goldsmith. Ein Kinofilm. Aus Deutschland. Der meistbesuchte Kinofilm in den 80er Jahren in Deutschland. Mit Abstand der meistgesehene Kinofilm. Das ist richtig. Das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Warte, der Film ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Wir gehen das Jahr 1985. Im Juni 1985 wurde dieser Typ in Deutschland veröffentlicht. Ist voll gefloppt. Dann Dienstag Amerika. Porno hat ein schönes Video gemacht. In September kam er zurück. In Oktober war er Nummer 1 in halb Europa. Hier ist AHA. C-Konnie. Just A-Kin-Montur. Zum Hütter-Suite. Viel Spaß. Zum Hütter-Suite-Suite-Suite-Suite-Suite-Suite-Suite-Suite. So Marc, jetzt haben wir Dienstag. Und das heißt, alles ist nur gute Nachrichten. Ja, natürlich. Wir haben gerade 16 Mann Personal abgesagt. Wie viel? 16 Mann. Aber das kriegen wir hin. Kein Problem. Wir sind schon geordert. Zehn sind schon wieder da. Und es klappt alles auf jeden Fall. Lukas Beech, das taucht hier. Alles in meinen. Also du bist noch absolut guter Dinge. Ich bin guter Dinge. Heute wird wieder eine Megaparty. Samstag war mega geil heute. Ganze Woche über Party. Lukas Beech, www.lukas-beech.de Ciao! Oh, 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 oh Jetzt haben wir kurz vor 11.00 Uhr und der Trubel wird immer mehr. Was hast du denn jetzt heute Abend noch schönes? Du siehst ein bisschen abgespannt aus. Ja genau, also wie gesagt, eben die Personalgeschichte, aber wir haben alles geklärt. Ja, ich hoffe, dass jetzt noch so ein paar Leute, die auf dem Markt sind. Heute, der Regen um vier Uhr hat natürlich einiges gekostet, aber es wühlt sich so langsam. Elf Uhr macht der Markt zu, dann werden die Leute auch alle wieder kommen und wir werden wieder eine Party feiern bis morgen früh. Wo schläfst du denn heute Nacht, die restliche Nacht, wo schläfst du? Naja, Nacht habe ich eh keine, aber morgen früh, also um sieben, acht Uhr werde ich schon daheim mal sein und bis zwölf Uhr ein bisschen ausruhen, dann wieder hier hin, aufmachen und so weiter. Und so geht das dann bis Sonntag. und noch locker, aber nochă! Ich bin mal vom Rambo DJ-N초를 werden, die TellER im new, das ist verk把它 haben. Und von dem 이제 in Rom na Venus demonstrated. Jonny, wer Henksof die Leute Kamera-St быverl OCatmos für dichㅠㅠ Werpft von beim technicians Jamm Soul!!! Jetzt lassen mich, persönlich und wenn ich schon was -" irresponsab interess… So Marc, was haben wir denn heute? Ja, heute haben wir die Studenten-Party. Ladies Night, sehr gratis für die Ladies. Fängt langsam an, wir hatten die Freiwehrunde wieder um 8 Uhr. Die Leute sind gekommen, sind jetzt noch ein Rüttchen über den Markt. Gleich macht der Markt wieder zu, dann haben wir die Bude nachher wieder voll. Und heute ist die beste Party. DJ Hulper, unser Kult-DJ einfach hier. Der wird noch die nächsten zwei Tage noch hier sein. Und die beste Party hier am Lukasmarkt rocken. Bist du froh? Ja, ich bin froh, hab zwar wenig geschlafen, aber trotzdem alles gut soweit. So, fürs Fernsehen mal die Hände nach oben. Jaaa! Ticket Saga! Ticket Saga! Lukaspark 2011 Wir rocken die Hütte hier und es gibt immer noch Sekt für die Ladies umsonst! Tag 7, Lukas Beach Die Party kann wieder losgehen, wie jedes Mal Heute ein bisschen später, aber wir haben Freitag Draußen ist das Wetter noch gut, es ist zwar kalt Aber heute die Vornekelektroparty wird glaube ich die längste Party werden Also ich denke mir, dass wir morgen früh um 7 Uhr noch hier sein würden und dann so die Letzten rauskehren Also das Wochenende kann kommen, es ist voll dran und wir geben nochmal Gas zum Ende von Lukas Beach Wann war denn heute Nacht? Wann bist du denn heute gestern nach Hause gegangen? Ähm, ich bin um 6 Uhr raus Also gestern die Party war auch bombig Wir hatten über 600 Gäste an dem Donnerstag Mega Studenten-Party Ladies Rides sind gratis Wir haben alle super gefeiert, da holen wir unser DJ Auch wieder super drauf Ja, unsere Promotion Girls heute Muss auch dabei sein Moment Marc Ja, ja, jetzt gehen wir rein Geil So zurück zur Natur Das ist halt auch dabei Das ist auch dieses Jahr neu Die Promotion Teams, die halt die Promotion-Wahr raushauen und die Gäste einfach hier anheizen damit wir heute lang feiern können Das ist echt sehr, was ihr euch Ja, ich bin bei dir Auch mit den Gäste lorsquass ich hier Ja, ich bin bei dir Also habe ich mich Was ist das? Was ist das? Was ist das? Los, Camila! Hap'a! Tschüss, hast du mal einen Minuten Zeit? Nanananaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaana Hi Leute, Lukas Breach 2011, der letzte Tag, heute der Samstag, der 22. Und wenn jetzt morgen nichts mehr ist, außer Feuerwerk, bist du traurig? Ja schon, wir würden so zwei Wochen hier drin wohnen und nächstes Jahr wieder. Ja schon, wir würden so zwei Wochen hier drin wohnen und nächstes Jahr wieder. So, das war Lukas Breach 2011. Es wird jetzt total voll, das bedeutet für mich, ich muss gehen, aber eins ist natürlich auch sicher, nee, die machen das sicher. Und dieser freundliche Mensch, der jetzt hier so nett rinnt, ist der Chef von ZKS und das ist die charmante Gattin von ZKS Security. So, das war's für mich. So, das war's für mich. So, das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017